Ja, aber jetzt fliege ich nicht dagegen, glaube ich. Oh ja, jetzt. Aber du musst weiter oben machen. Nein, ich muss weiter oben machen. Oder ich. Aber machst du auch noch welche, bitte? Boden. Ja, so wie es dir vorgesagt hat, oben fehlt noch eins. Wo oben ist eins? Aber du hast den Schranken nicht drinnen. Du musst nochmal zurück und den Schranken auch reinkriegen. Pitta. Entschuldigung, habe ich nicht gesehen, dass das nicht drin ist. Dass der Labruck nicht drin ist. Hervorragend. Das macht er. Das wollte ich gar nicht. Wollt ihr mich beeindrucken? Am besten gehe dies, wenn ihr das nie wieder macht. Okay. Ich sehe überhaupt nicht hin. Ja, brauchst du etwas? Ich muss sehen. Davon kriegst du wohl nie genug. Was war das, Alter? Umarmung. Das gehört nicht zum Test. Das war durchaus nicht unbeeindruckend. Das war eigentlich nicht ganz viel. Aber ich bin auch nicht so ... Ich bin sehr, weil ich habe es nicht aus. Ich bin sehr, weil ich nicht so gut verwende. Ich habe nicht so recht, weil ich so gut von mir was war. Und ich habe es nicht verwende. Ich bin sehr, weil ich glaube, ich bin sehr ... Boah, hier gibt es keine Punkte, hier sind wir die Besten, hier sind wir die Besten, scheißegal, was wir tun. Hast du mir gehört? Mir gehört? Hast du mir gehört? Was machst du dazu, da darf ich mit? Warte jetzt. Ich muss zuerst schauen, ob ich mitnehme. Du musst zuerst denken, dass ich mitnehme. Ich bin von oben. Wo bist du? Ich bin da. Mach das weg! Okay, ich versuch's, aber ich muss erst kommen. Wo ist eigentlich oben? Ja, da wo ich bin, ist oben. Du gehst, du geisteskranker. Mach das gleich weg, ich muss zuerst laufen. Ich bin da, wo du bist, ist mir egal. Machst du das? Du Arsch! Ich hab nichts gemacht! Natürlich! Ja klar! Hast du ein Portal gemacht! Da noch eins machen! Das ist sicher falsch! Nein! Ich hab's auch so gemacht! Das schaut falsch aus! Das regt durch die Wand einfach! Ja, aber ich hab's auch so gemacht! Soll ich klatschen? Ja, unbedingt klatschen! Hey! Ich interpretiere diese Geste als Aufforderung, noch gemeiner zu euch zu sein. Natürlich, unbedingt! Ich bin da drauf, hallo! Ich geh zurück! Nein, nein, wir gehen nicht davor! Wo sind wir jetzt alleine? Keiner weiß, was wir tun! Mach das weg! Was tust du? Das ist kaputt gemacht! Ah, jetzt! Gewerner! Wie auch immer du das gemacht hast! Ich weiß selber nicht! Ich hab halt ein bisschen heruntergebracht! Ich hab voll gesehen! Ah, wenn wir da runterfallen sind, ist ja tot! Aber nein! Aber sicher doch! Nein, du geh da, wo ich bin, du! Geh du da, wo ich bin! Ich bin dir am Kopf und da fall ich runter! Viel Spaß beim Sterben! Ich bin dir gerade am Kopf gespürt! Euer Versagen generiert keine neuen Daten! Es verzögert nur das Unvermeidliche! Ich bin da und du bist hier! Ich mach keine Potale oder mach nicht Potale! Ich weiß nicht, dass ich hier! Ich geh mal wieder sterben! Warum? Weil ich da auf deiner Brücke gestanden bin und du auf deiner Brücke wegkommst! Schau mir rein! Jetzt macht sie sie wieder hin, jetzt wo ich tot bin! Ich hab sie da warm gemacht! Das ist falsch! Weil da drüben ist da! Achso, ich bin da eingegangen! Wo ist der Ausgang? Da oben! Ja! Hi! Ich mach dir ein Potale! Und ich mach ein Potale! Und dann ist alles weg! Was machst du so, Henke? Ich hab... Erstmal siehst du mir irgendeine Uhr! Ich hab eine Brücke! Gib deine Lichtbrücke! Brücke! 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 Da rüber! Hallo! Brücke! Dort hin! Brücke! Da! Dort hin! Brücke! um macht eine Brücke weg und fliege in mein Portal wenn möglich. Oder du gehst weg und ich fliege alleine geh da rüber auf den Boden wo Boden ist schieb mich nicht ja aber du musst die Brücke weg machen und in mein Portal fliegen und dann schieb ich gleich gleich weg sicher? nein du bist in die Wand geklatscht dafür kann ich nicht ja aber ich habe mich geschubst ich habe mich geschubst du hast etwas falsch gemacht das ist meistens blass so bist du wieder durch ah da ist sie hallo du hast alles das ist du hast alles Lopulissi braucht Liebe und Substrat. Minofi, was du für Werbung machst du? Ich mache keine Werbung. Die ist bei mir im TV. Ich habe schon kein TV-Wermer. Hier sind wir auch wieder die Besten. Die menschlichen Testzulächte forderten für den nächsten Testhelme, um Hirnverletzungen vorzubeugen. Ich wählte die kostengünstigere Variante. Tödliche Schmiere. Was ist mit dir? Da kannst du nicht warten. Na, Atmen. Was führst du auf? Es nicht. Ich bin der Lichtbrücke. Lass mich in der Ruhe. Nein. Du musst hier ein Portal machen. Oder auch. Oder meine Lichtbrücke schlagern. Echt? Du hängst dich? Dann gehe ich eben alleine. Du hast mein Portal kaputt gemacht. Na, jaja. Na, da sitzt du nicht. Die hohe... Muss ich hiel... Achtung... Aber ich glaube, sie brauche ich ein Lichtbrücke... Jetzt konnte ich nicht schaunt. Du m- Ha, 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 ha! Verstehe ich, will nicht umschauen. Nein, sie macht alles gut. Mag, ich ne. Die volle Fresse. Mache mir das zum Springen. Nein. Ich klinge nicht zum Springen. Da klinge ich nicht hin. Wieder runter da. Nein, da muss ich ja hin. Bitte komm runter und nimm das Rote da unten hin, bitte. Wo, wo? Du kannst dir das nicht selber machen. Nein, ich bin du nicht. Wo bin ich jetzt? Ich bin bloß dafür. Ich bin woanders als wie du. Ja, weil du zu blöd dafür bist. Ich weiß nicht, dass ich das nicht habe. Aua. Aua. Mach das Springen. Ich spring jetzt einmal alleine. Ich bin ja auch da, du Arschlo. Wir müssen da raus. Ja, und wo springst du? Dein Rotes musst du da irgendwie, keine Ahnung. Und wo soll ich mein Gelbes hin? Ja, das Gelbe lasst da und das Rote lasst da, wo es jetzt ist. Also lassen. Nein, es springt so weit. Wo bin ich jetzt hingeflogen, Alter? Ich weiß nicht, was du vorhast. Ich weiß nicht, was du vorhast. Mir ist ja egal. Ich will da oben hin. Ah, du, wir fliegen zu weit. Ja, okay. Was habe ich dir gesagt? Was hast du nicht gesagt? Das habe ich gesagt, du meinst. Wie sind wir eigentlich jetzt da aufkommen? Jeder. Ja, da, weil du das gemacht hast. Du hast da ein paar Zahlen gegeben. Wo ist da? Da, da. Und eins war oben. Lass das Rote oben und gib da das Gelbe hin. Da, da. Gib da das Gelbe hin. Gib da das Gelbe hin. Das Rote oben. Wo ist das Gelbe da? Ja. Und wo ist oben? Hammer schon. Passt schon. Passt. Ich bin schon da. Ich bin mir wurscht, was du machst. Nein, lass das so. Bis jetzt ist, lass es so, wie es jetzt ist, okay? Ich lass es. Ich schweiß mich zusammen, nur weil ich durchgehe. Fuck. Also geht sich nicht auf. Jetzt tut sie es weiter oben. 47 Portale. Was hättest wir machen dürfen? Keine Ahnung. Hier sind wir die Ersten. Es weiß egal, was wir tun. Du musst deine Brücken weiter oben machen. Geh mal nicht. Ja, ja. Ah, oh ja. Geh weg. Ach, geh. Geh weg. Wo ist das? Du Arschloch. Steht immer über mich. Entschuldige, ich mach die Brücke.